Hallo! Wie ihr seht, bin ich gerade auf dem Feld und zwar mit Big Money und ich dachte mir, ich nehme einfach mal so ein bisschen mithalte. Ich bin mal gespannt, wie der kleine junge Mann drauf ist. Der ist ja gerne mal ein bisschen frech auf dem Feld und wir hatten auch eben schon so eine kleine Komplikation. Aber ich hoffe mal, dass der ganz lieb ist. Ich hätte jetzt gerne irgendwie eine GoPro oder so, das wird wahrscheinlich viel schöner aussehen, aber ich versuche euch einfach mal mit dem Handy das eine oder andere einzufügen. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020